Schauen wir mal wieder ab. Ja, cool. Ich erkläre das Zauberwerk jetzt. So, machen wir so. So, hallo liebe Zuschauer. Ich war heute so im Tauberg. Eine Diskothek auf Pirsch. Zauberwerk ist hier kein praktischer Werk. Zauberwerk ist eine schöne Disco, eine Diskothek. Hier neben der Talavera. Also neben dem Cinemax Kino. Schöner Disco. Nicht jeder kommt rein. Wenn man vor rein geht. Ihr kennt ja alles Kino von Würzburg Cinemax. Wenn ihr da raus geht, auf der anderen Seite steht da schon drauf, schreibt eure Schrift. Ein Zauberwerk. Das ist ein Disco. Da geht es rechts rein. Da sind zwei Störsteer, die schauen an. Du kannst reingehen, das ist alles okay. Gehst du rein, gehst geradeaus vor. Geht es links runter. Und dann gehst du rein. Da ist dann links, geht es dann wieder rein. Da ist dann, und wir zahlen ein Tritt 8 Euro. Dann rechts geht es Toiletten, die sind alle sauber. Und dann geht es dann wieder geradeaus so. Passt so Zahnfläche, aber vor, geradeaus geht es wieder rechts. Sind solche Spindel, große Spindel. Die sind eigentlich gedacht für Jacken. Da muss man zwei Euro reinschmeißen. Und einmal Schlüssel rein. Wenn man wieder Schlüssel raus holen möchte, ist die zwei Euro weg. Das sind Spinde. Und dann gehst du rein, hast so eine Diskothek, also so eine Tanzfläche, Bombardy. Und wenn du weiter geradeaus läufst, dann ist so eine Loppi, so was, wie man sich so hinstellen, trinken kann. Da sind dann zweimal Bars. Und dann gibt es einmal ganz raus. Ganz raus ist so eine, wie man rauchen kann. Es ist alles cool, da kann man sich hinlaufen. Ich habe abends noch mal getanzt. Ich meine, ich habe in der Tanzfläche getanzt. Es war coole Musik. Schöne, coole Musik. Und dann habe ich nach dem Restaurant Mul getrunken. Habe mich da hingeguckt. Habe chillen mit Freunden. Und dann haben wir mit anderen Mädels unterhalten. Dann haben wir uns mit einem Feld getroffen. Und dann... Ah, also in der Westfurt? Ah, okay. Da waren wir noch... Ja... Unterhalten. Die Frauen haben schon getanzt. Das ist ein alter Eisplatz. Das sind nicht nur meine Reaktionen, auch ältere. Das ist halt gemischt. Jung, alt, gemischt. Aber cool. Schön. Die haben sogar eine Fotobox drin, mitten drin. Aber es ist echt cool. Ich habe auch mit dieser... Wo es diese Lounge ist, wo sie auch hinhocken kann, chillen kann. Da mit der Bedienung habe ich mal gefühlt. Von... Habe ich gesehen, dass sie ja eine Kette hat. Eine Halskette mit so... Anhänger. Der Anhänger war so ein Stein, schwarz. Und der hat auch schon... War von... Wie Disney. Ist das diese? Ja. Und dann haben noch... Die anderen, die da waren, haben so was getrunken. Was ist das? Ich habe gesagt, die Schimpel oder was. Voll cool. Ja. Und dann... Es ist einfach schön. Also... Und dann waren auch immer viele Keule gekommen. Also jetzt ist es 0 Uhr. Jetzt... Du kriegst hier so einen Stempel. Es steht auf NOVAIR. Das ist der Stempel von der Disco gekommen, dass du drinnen warst. Es war jetzt halt so viel los drinnen. Man konnte nicht mehr tanzen. Es waren so viele Leute drinnen. Und schöne, schick, also Mädels. Junge, auch für mein Alter. Also junge Mädels waren auf der Tanzfläche schöne. Leider konnte ich nicht mehr drauf kommen, weil... Alles voll war. Zu voll. Deswegen bin ich rausgegangen und schaue jetzt mal einer anderen Disco nach. Mit vorne. Es war dann leider zu voll. Aber... Super. Schöne Disco. Hier in Würzburg. Zauber. Müsst ihr mal reingehen. Wenn ihr wollt... Ihr wisst nämlich... Kommentieren. Anschreiben. Instagram. TikTok. Instagram. Justus... Nee... Instagram. Und TikTok. Justus. Derbendeuer. 13. Oder hier kommentieren. Dann können wir mal auf der Disco tanzen. Oder mal was machen. Ich gehe jetzt wieder. Freunden. Ab jetzt wieder in der Disco. Samstag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und viele Grüße aus Würzburg. Also Zauberg. Disco. Dirk hier. Kann ich mir sehr empfehlen. Wunderschön. Für Jung und Alt. Für jede Generation gedacht. Justus Over and Out. Game Over. Good Night. Ciao, ciao. Danke Kumpel. Steffen. So, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Hier ist ein Justus Önrich. Wenn ihr es hören könnt. Ich bin hier gerade in Labyrinth. Äh ne, sorry. Ich bin hier in der Disco. Ähm, äh, Sauerberg. Hier in Sauerberg in Würzburg. Sauerberg in Würzburg. Ist wunderschön wieder erstmal hier. Und hab schon bei allen Frauen unterhalten. Hab schon getanzt. Und ja. Ja. Ich steue jetzt hier noch schön. Hinten ist hier das. Ist so ganz lecker. Super cool hier. Ja. 8 Euro ist der Eintritt. Bin jetzt gerade hier. In der Postal ist es einfach so. Mit Pferde und Aftershow-Party. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Lecker ist der Postal noch. Hier ist halt gemischt. Viele... Nicht nur Jungs, sondern auch alt. Es ist halt so. Viele Männer. Wenig Frauen. Ja. Bartfrauen. Aber... Ja. Mehreren anderen Eiersklassern Frauen. Wenn nicht Junge. Ja. 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 Nehmen das Kino. Und Ibiza-Hotel. Und Tankstelle. Wetten. Ja. Mirage. Immer noch Taster. Ja. Ja. Ein Bruder ist wieder da. Von wegen ich fing noch nicht mal an. die augen auf und du siehst das aus dem bauch aus dieses der aufstieg des fiestes ich bin der rechner der verdammten represent die ganzen menschen auf die man trampelt sie kennen es wie ich handel mentalität am ende ich hab lange drang mich auf verdammt lang aber hat man nicht geglaubt nicht die und jetzt war ich es raus wie eine pangkamp du hast in mir tief einen traut deshalb hörst du nie damit auf das leben ist ein spieß gucken auf lass einfach das fies aus dir aus mein hustle mein drive meine passion mein will schafft dir keiner zu brechen das war nur ein druck ich hab die beste einfach befreit und für nichts im aufgeräte zu beschreibt rise of the beats der grind er stoppt nie das kann alles hier gehören so weit wie du siehst was für euch alle riesen stress ist ja für mich ganz regulär mühsam hatte nichts zu essen kam mir mit dem elend mehr brüder wollten mich und kanzeln gab euch meine seele her früher habt ihr mich belächelt bahn jetzt bin ich legendär sie wollten mich am boden sehen von prodigy zu koryphäen das ist meine odyssee von den ausreden tun mir die ohren weh der ist so oft aufgestanden kämpft für einen holen weh heifer jährt doch ich steck an wehr ja immer noch so viele hörer werd mal her nenn mich ex kalibur ich bleib mein schwert ich war die reise wert meisterwerk es war alles nur ein traut am anfang ich hab deine lange schraub verdammt man aber hab auf mich geglaubt ich bin andern und jetzt maler ich es raus und vom pfamm das war nur ein traut du hast in ihr tief einen traut deshalb hörst du nie damit auf das war nur ein traut das Leben ist ein spießruten laut lass einfach das dies aus dir raus das war nur ein traut mein hast du mein drive meine passion mein will schafft dir keiner zu brechen das war nur ein traut ich hab die welche einfach befreit dann für nächstes mal dass du dich schaffst und ich freu mich das war nur ein traut ich hab die welche einfach befreit das war nur ein traut Musik 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir 5 Freunde 5 Freunde, das sind wir